Bei uns gibt es ja noch die Bienen und ihre Mildbestäube. Aber in Regionen von Zentralchina, da gibt es teilweise keine Bienen mehr. Deswegen bestäuben die Menschen die Blüten. Bei den großen Flächen des Birnanbaus gab es viele Parasiten und die Landwirte setzten daraufhin Pestizide ein. Daraufhin wanderten die Imker ab mit ihren Bienen, um die Qualität des Honigs und ihre Bienen nicht in Gefahr zu bringen. Also, Besteuerung mit der Hand der Menschen. Die sehen dabei noch sehr glücklich aus.